hey 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 Leute was geht wieder? naja ja ich würde sagen mit wir machen weiter im letzten paar haben wir zwar eigentlich gefunden und ja auswärts leider weiblich also also ich lasse so ein bisschen musik im hintergrund laufen weil der ton ist derzeit gerade so gut da hatte ich man jetzt vom spieler ist das jetzt halt dann dumm oder naja aber auch egal ähm gestern hatte ich jetzt halt schon wieder hochgeladen aber kein für zwei video also von da her so wie gesagt die suchen immer noch einen pikachu wenn ich dann hole ich das einfach gleich aus genau so als ich drück auf paus macht es dann also ich würde sagen ich mach es jetzt einfach dann bis gleich oh mein gott leute wir haben wir haben wir haben das fisch jetzt ok es ist schneller es ist eindeutig schneller aber es macht ja nichts soll jetzt er freut mich jetzt macht uns so lange jetzt ok ok ah 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 anscheu uuuh wir müssen die verteidigung absenken ok ok wir machen doch schneller was was für eine base was für eine veränderung hat das fisch das ist minus 3 gut und Donnerschock was scheiße 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 man ey was nur 10% abgezogen what the fuck ist mir scheißiger es ist mir sowas von scheißiger jetzt bitte na warte bitte es gut 1 2 3 uuuuh uuuuuh uuuuh uuuuhuuuuh Oh mein Gott, Leute, wie hab ich's gefangen! Endlich! Als Optiker! Und kippscht! Oh, man! Lass mich in Ruhe! Und macht doch! Ich hab's nicht verseh'n nicht! Nein! Alter, das will schön dran, Alter, ich hab keinen Bock! Willst du Feuer kommen sollen? Scheiße! Mann! Als ob! Yo, Leute, ey, das hättet ihr gesehen sollen, ey! Mann! What the hell! Oh mein Gott, oh mein Gott! Ja, komm, ey! Komm, stirb jetzt, du scheiß Dreck, ey! Ich hab keinen Bock mehr! Weißt du was, Leute, ich brauch heute ein bisschen kurzerer Part! Oh mein Gott! So ist nach diesem Trainerkampf... ... 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 Das geht's doch gar nicht ey! Boah! Wenn ich in diesen Scheißdrainer nicht reingelaufen wäre ey! Mein Gott! Meine Scheißfresse ey! Meine Scheiß... Gott sei Dank ist das jetzt tot. So, ich wollte sagen wir speichern jetzt hier diese Scheißsache ey! Und ich spende auch dafür diesen Partner. Also, tschüss! Ich bin sicher, dass ich dich nicht mehr für diesen Schmuck aufgebracht habe. Und ich bin sicher, dass ich mich nicht mehr von diesem Schmuck moderatorin gemacht habe. Vielen Dank. Vielen Dank.